Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich bin leider krank, ich habe eine Mandelentzündung, meine Freundin auch, also wir sind beide angeschlagen, wobei es sie auf jeden Fall härter erwichtet als mich, also ich kann mich noch bewegen und rumlaufen und bin halt nicht vom Kreislauf her irgendwie kaputt, sondern einfach nur vom Hals. Das hat man denke ich am Freitag mitbekommen, da hat das ja langsam schon angefangen im Stream. Ich habe dann samstags erstmal dick Fieber gehabt, auch noch die Nacht, also als ich den Stream ausgemacht habe, war ich schon vom Fieber geplagt. Deswegen ist es dann auch recht schnell zu Ende gegangen, dieser Freitagnacht-Stream. Ich kann jetzt halt nicht viel reden, nicht laut reden, ich kann nur sehr monoton reden, ich sollte eigentlich gar nicht reden. Wir waren heute beim Arzt und ja, also ich soll halt nichts machen, nichts Schweres und so weiter. Ich habe jetzt zwar dann am Freitag die Prüfung und werde die auch machen trotzdem, also ich lerne das halt dann die ganze Zeit, aber Videos und sowas sind gerade schwierig. Ich habe noch eine Sache auf der Pfanne und zwar noch einen Wingman, glaube ich, von Berlin und von mir, das schon einen Monat alt ist oder zwei. Das kann ich euch noch hochpumpen, das war auch, glaube ich, ziemlich lustig. Und dann wird es aber schon eng. So ein bisschen Gelaber geht natürlich immer, aber diese typischen Hey, Wow und sowas, das geht leider nicht. Die Streams, also der Donnerstag-Stream wird ausfallen, weil ich da dann auch am meisten noch lernen werde. Für mich ist die Nacht vor der Prüfung immer die wichtigste Nacht, da kloppe ich immer richtig fest rein. Darum ist der Donnerstag-Stream leider diese Woche nicht am Start. Der Dienstag-Stream wird, denke ich, stattfinden, halt ganz gemütlich und ganz ruhig. Es kann sein, dass unser 99-Spiel da ist. Ich hoffe, dass es da ist, nur ich konnte noch nichts schreiben, weil unser Team, einige unserer Leute sich noch nicht gemeldet haben. Jetzt habe ich mich doch wieder bereit dafür erklärt, diese Termine zu machen und jetzt ist nur die halbe Truppe dann am Start. Ich erwarte natürlich, dass sich da jeder so ein bisschen, geht jetzt nur an die, die halt in der Gruppe sind, guckt bitte rein in die Posts, am besten einmal täglich, um auf dem Laufenden zu sein. Ich will auch nicht jedes Mal alle anschreiben müssen, dass sie dann gucken sollen. Also am besten einfach jeden Tag, meinetwegen um 18 Uhr oder so mal reingucken und dann vielleicht nachts noch mal kurz, ob ich was geändert habe oder so. Ja, weil eigentlich wollen wir morgen spielen. Wir sind jetzt auch fünf mit mir, nur bin ich, also ich würde schon spielen, ich hätte auch Lust zu spielen, aber ich bin halt jetzt nicht in optimaler Verfassung, beziehungsweise, ja gut, für ein Spiel ist es ja eigentlich egal, ich muss ja nicht umschreien können. Geistig und motorisch ist alles gut, von daher würde es schon gehen. Aber ich hätte gerne schon noch, dass wir einen sechsten Mann haben, für alle Fälle. Ja, darum meldet euch, ihr Gauner. Wie gesagt, der Stream wird dann trotzdem stattfinden, nur halt sehr ruhig, sehr gemütlich, kein Ausrasten und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob ich die Facecam anhaben werde, weil das helle Licht ist schon so ein bisschen eklig. Also ich merke auch, wie sich das alles, die angeschwollenen Mandeln, die drücken halt auch auf alles. Es gibt auch so ein bisschen Ohrenweh und, also kein Kopfschmerz, aber es ist halt ein komisches Gefühl. Darum würde ich den Stream, dann denke ich auch, so wie das Video hier ohne Facecam machen, weil ich die Lampen nicht anmachen will. Und wenn ich die auslaste, dann seht ihr durch die Kamera nur ein Schwarzbild. Ja, das war es eigentlich schon, aber das Video im Hintergrund geht noch einen Tick länger. Vielen Dank für eure ganzen Genesungswünsche. Ich habe es schon gesehen auf YouTube, auf Twitter und auf Discord. Dankeschön, Dankeschön. Ich werde da noch allen Antworten bzw. eine Antwort schreiben. Aber gerade, also gerade gestern war es richtig unangenehm, da hat es so sehr reingepfeffert, dass, also auch auf Samstag, Samstag und Sonntag, beide Tage waren eigentlich so No-Go-Tage. Wir haben die ganze Zeit nur gelegen und Fernsehen geguckt bzw. Netflix geguckt. Ja, Mandelentzündung halt, was soll man noch großartig dazu sagen. Ich werde später noch Eis holen. Ich glaube, Eis ist sehr, sehr gut. Nicht nur für die Momente, wenn dann der, wenn die Mandeln raus sind. Also bei uns werden sie nicht rausgenommen. Wir haben halt einfach nur eine Entzündung. Aber ich glaube, es ist immer gut, wenn man das kühlt. Ich bin halt der Mobilere von uns beiden. Also sie liegt wirklich komplett flach. Sie hat, ich habe jetzt auch eben alles abdunkeln müssen, weil sie so flackern gesehen hat vor den geschlossenen Augen. Also bei ihr ist es wirklich hart. Auch der Arzt hat gesagt, bei ihr ist es ein bisschen schlimmer. Und ja, wobei es bei mir schlimmer werden könnte, hat er gesagt. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich hoffe es nicht. Ich drücke ganz fest den Daumen, dass es gestern das Schlimmste war und jetzt schon wieder am Weggehen ist. Ich vertraue da irgendwie auf meinen, also ich kann da ja nur auf meinen Körper vertrauen, dass er das alles meistert. Ja, dann sehen wir uns morgen im Livestream. Morgen kommt wie gesagt auch ein Video, also das Wingman Video. Und sonst bin ich halt dick am Lernen. Also ja, ist jetzt halt gerade blöd. Und wir haben im Moment einen Zuwachs auch. Hey Leute, willkommen hier auf dem Kanal. Wir haben wieder einige Zuschauer auf YouTube dazu gewinnen können, hier das Abo halt zu pressen. Hallöchen, willkommen an euch. Schön, dass ihr da seid. Ich denke, die meisten kamen über diese zwei Ultramach-Spaß-Videos, beziehungsweise über diese zwei Dödel-Videos. Dieses Who's Your Daddy und das andere. Vor allem, weil das andere, dieses, ich muss kurz gucken, wie es heißt. Ihr wisst schon, das mit dem Mrs. Wong und sowas, mit diesem Autofahren, Happy Wheels in 3D, das hat 2000 Aufrufe. Guckt mal einer, schau. Das presst ordentlich rein. Solche Dinger werde ich auf jeden Fall, wenn ich krank bin, wenn ich gesund bin wieder, werde ich die auch öfter machen, weil darüber haben wir ein enormes Wachstum. Ich meine, das passt ja auch sehr gut zum Dumpaplan. Also, diese, diese, das war der verrückte Raser, so hieß das Video. Guts and Glory. Die Sachen ziehen ordentlich. Also, wenn ich mir da die letzten anschaue. Guts and Glory, habe ich das zusammengeschrieben? Wahrscheinlich. Ich gucke das noch ganz kurz. Analyse hier zusammen. Wir analysieren kurz. Ähm, ja, guck mal da. 2000 Aufrufe, 2000, 2000. 5000. Okay, ja. Also, ich glaube, da, das scheint so, das scheint so was zu sein, dass wir, dass wir so ein bisschen mal die, die 10.000 jetzt wirklich angehen können, weil mit Counter-Strike ist kein, da gewinnt man überhaupt nichts mehr. Kein Blumentopf, kein gar nichts, kein, kein nichts, ja. Ähm, soweit, so gut, Leute. Haut rein. Äh, streamed letzte Woche, war richtig geil. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns, wir sehen uns dann morgen. Ciao. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns.